Sicher im Wald spazieren gehen, das ist die Frage, ob das zukünftig noch geht, denn in vielen Teilen auch hier bei uns in NRW ist der Wolf unterwegs und ich setze euch hier nachher mal ein Video rein, wo man sehen kann, wie eine Familie mit Kindern diese Aufnahmen gemacht hat und da muss man jedem die Frage stellen, fühlt ihr euch noch sicher, wenn ihr in Deutschland unterwegs seid und der Wolf immer mehr überhand nimmt, das muss endlich enden, da muss endlich eine Regelung seitens der Politik her, damit sowohl Landwirtschaft als auch die Bevölkerung einen gewissen Schutz hat, weil die Bilder sind schon sehr erschreckend und dramatisch. Und ich setze euch auch nachher ein paar Bilder und Videos aus den letzten Monaten rein, da kann man nämlich sehen, was so alles bei uns in Deutschland mit dem Wolf ist und das ist ja nicht nur hier bei uns in NRW ein Problem, sondern in ganz Deutschland, also da ist die Politik gefragt und zwar schnell und zügig und an die ganzen Wolfskuschler, für euch habe ich kein Verständnis. Und ich setze euch auch nachher ein paar Bilder, für euch habe ich kein Verständnis. Da werden sich einige überlegen, ob sie zukünftig noch im Wald spazieren gehen, da hilft auch der Hund nicht. Einige Beiträge über den Wolfs setze ich hier unten unter das Video drunter, sodass jeder auch mal nachschauen kann, was wird denn so geschrieben. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen. Okay. Okay. Okay.